In eurem Alter nannten mich die Leute den nächsten Tadayori Nagao. Ihr seid der beste Schütze aller Zeiten. Hm, nicht mal annähernd. Aber ich bin sehr gut. Ich bin dankbar für alles, was ihr mich lehrtet. Ich widmete mich meinen Studien und hatte nie Zeit für Familie. Tomoe war meine Erbin. Ihre Taten. Ich konnte ihr nicht vergeben. Niemand hätte das. Ich widmete mein Leben dem Bogen. Das Leben, das er mir gab, war bemerkenswert. Doch das Leben, das er mir nahm... Familie ist viel wichtiger. Sensei. Werdet nicht wie ich. Lasst euch nicht vom Geist verzehren. Tomoe ist irgendwo in Kamiyagata. Ein letzter Versuch, die Mongolen zu sammeln und ihren Ruf zu retten. Ist sie dort, finden wir sie. Und beenden es. Ja, werden wir. Geist. Mut Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Ah! Bald seid ihr frei. Sie verschleppten mich aus der Mine an der Nordküste. Sie sagten, wenn ich nicht bald wieder arbeite, würden sie mich mit den anderen begraben. Gut, dass ich euch zuerst fand. Wie viele Wachen sind an der Mine? Ich konnte nicht alle zählen, aber die Bastarde schinden die Menschen dort zu Tode. Das lasse ich nicht zu. Die Bastarde schinden die Menschen dort zu Tode. Die Bastarde schinden die Menschen dort. Und sie sind nicht so. Sie sind nicht so. Sie sind die Menschen dort zu Tode. Das muss ich nicht so. Vielen Dank.